Solarmodule auf Basis von Kohlenstoffverbindungen. An der Universität Freiburg arbeitet Uli Würfel an organischen Solarzellen. Ein großer Vorteil gegenüber kristallinen Siliziumzellen ist, dass sie sich wenig zeitaufwendig mit dem sogenannten Rolle-zu-Rolle-Verfahren auf großen Rollen fast wie Zeitungen herstellen lassen. Das Rolle-zu-Rolle-Verfahren ist deshalb so attraktiv, weil man kontinuierlich beschichtet. Und dann kommt es natürlich darauf an, mit welcher Geschwindigkeit man das fährt. Aber das kann man im Prinzip nicht ganz so schnell wie eine Zeitung, aber ähnlich schnell produzieren. Die Stromausbeute ist nicht ganz so hoch, wie man sie von herkömmlichen Solardächern kennt. Trotzdem weist die derzeitige Forschung in eine Richtung, wo sich die Stromerzeuger auf Folien lohnen könnten. Das Substratmaterial ist handelsübliches PET. Das kennt man von jeder Colaflasche oder jeder Mineralwasserflasche. Nur eben als Folie verarbeitet. Mit dieser Fläche könnte man auf jeden Fall schon ein Smartphone laden oder eine Powerbank laden zum Beispiel. Riesenvorteil organischer Solarzellen ist, dass sie das Licht nicht wie Siliziumzellen sozusagen schlucken, sondern, weil sie transparent sind, durchlassen. Es ist so, wenn Sie eine Silizium-Solarzelle nehmen und Sie wollen eine semi-transparente Fassade machen, dann machen Sie dann einen Streifen Silizium und einen Streifen nix. So kriegen Sie dann die Semitransparenz hin. Und bei den organischen Solarzellen, leider habe ich jetzt eben kein großes Modul, ist es halt mehr oder weniger homogen in der Fläche möglich. Und es gibt inzwischen Materialien, und wir hoffen, dass da noch bessere kommen, die gar nicht im Sichtbaren oder praktisch nicht im Sichtbaren absorbieren. Die absorbieren im nahe Infraroten oder im Ultravioletten. Das heißt, man könnte daran denken, dass mit verbesserten Materialien in Zukunft was möglich ist, dass man eine mehr oder weniger komplett transparente Solarzelle, also für das menschliche Auge, komplett transparente Solarzelle hat. Und diese Solarzellen wären dann tatsächlich auch sehr interessant für Anwendungen zum Beispiel in Gewächshäusern. Weil dann lassen Sie das Licht durch, was die Pflanze braucht. Die Pflanze braucht, habe ich mich jetzt mal informiert, einen relativ engen Teil des Spektrums nur. Und wenn Sie dann längerwellig und kurzwellig davon absorbieren als Solarzelle, dann ist das natürlich ein großer Markt. Deutlich wärmer als in Gewächshäusern brauchen es organische Solarzellen, um optimal zu funktionieren. Bei 40 bis 50 Grad im hellen Licht erzeugen Sie am besten Strom. Aus meiner Sicht ist Silizium die Technologie für den großen Weltmarkt. Und organische Solarzellen sind sehr gut geeignet, in gewissen Nischenmärkten Strom zu erzeugen. Zum Beispiel als semitransparente Module in der Fassade, als leichte, flexible Bauteile. Stellen Sie sich eine Sonnenmarkise vor, die eingerollt werden muss. Da könnte man eine organische Solarzelle drauf laminieren. Das sind spezielle Anwendungen, wo diese spezifischen Eigenschaften der organischen Solarzelle zum Tragen kommt. Die Freiburger Forschenden haben im Sommer 2023 einen zertifizierten Labor-Weltrekord aufgestellt. Mit 15,8 Prozent Wirkungsgrad für Flächen von einem Quadratzentimeter erzeugen ihre organischen Solarzellen mehr Strom als alle anderen auf der Welt. Wirkungsgrad für Flächen von einem Quadratzentimeter